Ja, die USA, die Amis kommen natürlich weiter, auch wenn das natürlich nicht in Nationalsport ist, aber Jürgen Klinsmann trainiert die Amerikaner und er wird den Amis natürlich so ein bisschen diesen deutschen Ehrgeiz natürlich auch nahe bringen und die wollen sich auch nicht unterbuttern lassen. Die Amis wollen ja immer überall vorne dabei sein und deshalb kommen sie natürlich auch weiter.